Wer ist dieser Bladeser? Hört sich an wie ein Sprachfehler, aber denkst ein Rap geht unter die Haut, die Katheter. Unterbreche deinen Redefluss, damit der Grund scheint dich zu laufen, wenn man sie im Interview erklären muss. Alle lachen über dich, du Spacko, Spacko. Denn dann macht ihr einen aufs Lüge, schiff die Klasse, noch ne Runde, das war's und zum hundertsten Mal. Ja, das hier ist VWT und kein scheiß Kunstseminar. Überraschung, du bist abschauend und deine Texte klingen, als würdest du mit nem Pitzel auf dein Blattpaum schieb, deine Mucke mal zur Seite. Das ist wie damals in der Schule, Kunst fand ich immer scheiße, sei doch mal bitte leise. Und du kannst sogar mal nach Zahn von A bis Z, ja dann begriff dich doch für Art Attack, Digga, das wär einfach nur klasse und dann kannst du aus den Fetzen und deine Texte, ja vielleicht auch mal den Eiffelturm basteln. Blablabla, Blablabla, Bläser, erzähl doch mal etwas Logisches, das ist keine Kunst, sondern nirgendwo dieser Grundtrick. Er will coole Videos machen, aber der kann das nicht, ist zwar langweilig, aber mal was anderes. Der kleine Bloody ist doch tagelang am Chillen, alter fahr dir ruhig ein Film, du bist König an der Kunstform, alter mal uns mal ein Bild. Da seh ich keine Punkte, weil's im Endeffekt nicht besser ist als jede deiner Runden, du Biatch.